Das Hotelnetz liegt in Playa Plata de Palma in Mallorca. Die meisten Gäste des Hotelnetz würden das Hotel weiter empfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 66%. 268 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,2 von 6 Sonnen bewertet. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnenwert. Zimmer Akzeptable 3,6 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.